jo leute was geht ab und herzlich willkommen wieder auf meinem kanal und heute spielen wir cat goes fishing ein geiles spiel finde ich also das hat krasse logik und ich habe mir überlegt dass ich das mal mache und ich habe diese ich habe dies dieses spiel auch schon mal hier gemacht mit realisem halt deshalb der 33 ja ich habe richtig rein gesucht da habe ich halt ziemlich viel schon geschafft ich habe auch erst mal so fang erst mal so was gibt es denn so tolles war auf jeden fall ich hatte schon er kann ich leider noch nicht zeigen ich einfach mal kurz hier rein laut game ich habe hier schon alles ich habe ein boot und ich hatte hier schon diese zwei teile also das ist richtig cool finde ich und ich habe hier auch schon geile updates ja da gehen wir mal wieder in die erste welt rein so was die quest unlock the next jobs ja okay das mache ich dann mal so nein nicht du danke so selten und ich habe alter hä what the fuck ach und ihr seht hier links und rechts diese kleinen schwarzen renner weil ich das nicht also ich habe das hier so auf wie soll ich sagen auf wie heißt das nochmal ich krieg das nicht auf vollbild und deswegen habe ich das auch halt auch nicht auf vollbild das ist bisschen scheiße und ja das pischer als erot attachment das mache ich da mal so da habe ich jetzt mein diving nur geil 300 bezahlt einfach 500 zurückbekommen cuttlefishes ok macht man alles gar nicht aber diese quest am anfang ist einfach so billig also zur das so sage aber aber das sind ja auch die einsteiger quest ich war extra mal nicht weit weil ich hier weiß hier sind so ein paar kalt fisch ist so ich habe ich auch schon den katalog alter sind das wenig fische alles klar oh mein gott wird aber gar kein angezeigt also die habe ich bald schon gesehen aber noch nicht gefangen deswegen werden sie auch schon angezeigt und so gönne ich mir ein grumper also das sind die ach mal schauen was das sind ein grumper ok geil braucht man grumper dann bleibe ich mal weiter weg geil geil älter alter alter äh nee oder so ich finde ich dass sie angefressen werden weil die kosten auch schon gut geld so und wegschmeißen java alter das regt so auf grumper dann nicht lange nicht mehr mustach fisch jetzt bräuchte ich einen kleinen fisch round fins kommt ihr auch mal ne als ob als ob hier ist ja ein neues rot attachment scouting brauche ich kann ich mir einfach noch mal das und noch mal das und noch mal das ja dafür ist das doch toll das ist ziemlich angenehm 400 dollar einfach weggeschmissen ey nee oder nee oder ich muss jetzt alle fische wegfangen lassen so gesagt also da muss ich alle fische wegfangen dann zum glück zumindest muss dafür den denn 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 du denn denn du denn Ey, 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 verpiss dich. Ne, oder? Ne, oder? Ey, da waren es die Rave. Sind sie eigentlich schon mal im Katalog drin, ne? Ne, oder? Ne, hier sind es ja nur die... Ah, ne, die sind ja bei Large eigentlich. So, und weg damit! Ey, nicht deren Scheißernst, oder? Alter, ich, ich werde die, ich werde deren Leben zerstören. Äh! Mann! Was ist das für eine Scheiße? Geil! Geil! Ja, ja, nice. Äh, was? Ey, das Spiel kann mir nicht sagen, dass ich den einfach nicht bekommen darf. Nicht schon wieder, Alter. So kurz davor war ich schon. Zweimal jetzt. Äh! Mann! Spiel! Wieso macht ihr das? Ey, das war nur eine Millisekunde noch. Wer dieser Fisch aber nicht eiligen. Das ist doch scheiß Hurensohn. Ey, ne, oder? Die Fische, Alter! Ich könnte das Projekt, diese kleine Serie, einfach mal, let's rage nennen einfach, Alter. Die sollen wirklich mal aufhören? Das zu holen! Das ist scheiße! Ach, Mann! Äh! Ja! Geschafft! Ja! So! Eine Bombe kaufen? Digga, das mache ich doch gerne. Bumm! Da war die! Warte, das war nochmal super. Super sind... Ach ja, okay. So, ich hoffe, die gibt's, nein. Natürlich gibt's nur Raunfinz. So, hast du mir noch eine Kette gekauft. Geil! Lohnt sich ja. Ey! Hat sich echt gelohnt! Raunfinz, nein, 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 oh Mann! Jetzt, wo die weg sind, Alter! Ey, nicht schon wieder, oder? Das ist übrigens, ich denke ein Guardian. Ich bin mir nicht... Alter, was ist schief? Ey! Seht ihr, dass ich hab zweimal hier, einmal hier? Alter! So, ja, ein Georgian. 11.600. Ey, nee, oder? Geil, gönn dir! Und das war ein Kattelfisch. Yay! Das ist doch gern gesehen. Hier sind sie, hier sind die, die ich brauche, Alter. Ah! Yay! Alter! Nein, nicht an... Ja, das war so wieder. Und wer die Steuerung nicht kennt, der kann hier einfach mal entlang gucken. Das ist, war es das eigentlich. Halt, UI. Das ist halt so. Da kann ich so spannend... War doch klar! Den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den... Also diese Musik, die ist geil. Okay, gar nicht. Nein. Das ist Lüge. Bitte. bitte nein ich hatte zum ersten mal ein super nein 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 zumindest ein kingfisch kingfisch kann ich mich nicht beschweren aber den also beschweren kann ich mich da eher weniger geil da gebe ich natürlich am wenigsten beschweren das ist angenehm neues und ja war doch klar wenn dann wenn ich nicht brauche weiß dann nein den brauchte ich sogar alter dieses spiel will das spiel mich verarschen das spiel will mich einfach verarschen sag mir nicht dass er schneller ist und schön vorsichtig entlang mein erster super unangebissene super geil ey 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 ist das gerade ernsthaft passiert ist das gerade ernsthaft ey 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 du kleiner fisch du bist jetzt weg danke nein man dieses scheiß verdammtes spiel geil ach so jetzt wisst ihr übrigens auch den will ich haben was macht er da was macht er bitte da ey 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 hab ich irgendwo keinen bock mehr das zu spielen diese kleine misst… diese kleine missgeburt also ach so jetzt ist der meiner ja und jetzt ist er weg oder geil Warte, ich weiß, was ich mache. Nein, ja, geil. Jetzt hole ich mir diesen bisschen größeren. Okay, nähe. So. Schade. Nein, nein. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Geil, ihr sollst ja auch mal verpissen, diese kleine Missgeburt. Nein. So. Geil. Schon mal den ersten Fisch gefangen? Bei Level 6 ist was, das. Kommt nie wieder mehr im Teil. Geil. Oder halt, wenn ich die Challenge geschafft habe. Das sieht richtig gut aus, gerade. Letzter. Geil. Ich hab's. Ich hab die Challenge geschafft. Jetzt kann ich das hier auch haben. Minimap und so nah. Aber, jo, der ist doch geil. Brauch ich alles nicht. Ich wollte den Kuddel verschrauben. Der ist ziemlich viel wert. Nicht. Ähm. Inzwischen kann ich mich trauen. Okay, nee, noch nicht. Aber das heißt für mich erstmal, haut rein, Leute. Ähm. Das war's von dieser kleinen Folge. Cat goes fishing. Haut rein und ciao. Leute. Nee. Kein. Ciao. Ähm. Und zwar, ähm. Wie gefällt euch das Projekt? Schreibt's mal in die Kommentare oder lasst es mich mit einem Daumen nach oben wissen. Falls es euch nicht gefallen hat, einfach einen Daumen nach unten. Okay. Dann lasst ein Abo da, ein Like. Wenn's euch gefallen hat. Natürlich. Ähm. Und ciao. Leute.